Hallo, wie viel Psyche braucht die Heilung? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Zu diesem Thema haben wir unseren Online-Kongress Krebs und Bewusstsein mit über 50 Interviews entwickelt, der vom 26. November bis 6. Dezember kostenfrei online geht. Unsere Vision ist, Menschen das Wissen und auch ganz konkrete Übungen zu vermitteln für ein Mehr an Gesundheit, Erfüllung und Glück. Das ist interessant für dich, wenn du selbst die Diagnose Krebs hast, wenn du Angehörige oder Freunde und Freundinnen hast mit der Diagnose Krebs, wenn du einfach interessiert an diesem Thema bist, wenn du andere sogenannte Zivilisationserkrankungen hast und lernen willst, wie Heilungswege gelingen können. Bist du interessiert? Dann klicke auf den Link und melde dich kostenfrei an. Ich freue mich auf dich! Ich freue mich auf dich!